so hallo leute willkommen zur neuen runde auto chess mit dem robin und dem gerardo grüßt grüßt euch so der gerardo erklärt kurz was wir die runde machen ich muss erst mal einen ex kaufen was kauft denn der levo einen clock der robin auch ein okay alle haben sechs leute goblins gekauft stark schau mal den habe ich jetzt der scheinbar nur schwarz dann habe ich gleich die gleiche zauberer nur in schwarz ja okay guck mal die wort sind entschieden hey die wort sind entschieden wie cool dings most wanted pieces ich hätte 146 prozent bekommen kannst drauf gucken bei mir gewartet worden ist der kommt safe back wahrscheinlich ja das ist ja voll gut alter was ich gezogen habe ich habe tinker 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 timbersor alter da muss direkt weg gehen ich wollte kein clockwork kaufen und jetzt kommt er so haha ja ich habe ein ding haben schon drauf gestellt den tinker und gelockt habe ich von timbersor wäre auch krass wenn du jetzt sagen aber das ist eigentlich gar nicht so geil weil wobei gehen jetzt welche weg es gehen ja alle weg von lol es ist nur noch ein halbisch noch drauf auf goblins alle alles gerade immer noch sechs ich habe die einfach alle gezogen ja warte du kannst dich sagen wenn die bounty hat haben können die vielleicht auch die brüten aber was mit der die fällt weg mit 25 da kannst du aber nicht mal neuner hunter spielen dann kommt vielleicht ein anderer aber ich weiß nicht ich weiß nicht ob die wegfallen da oder so doch die keine ahnung du wirst ja nur was gewohnt habe ich jetzt habe ich die ist mein ich jetzt mal wieder ein kurieren in edlen legendären legendären so leute passt auch mein legendäre legendäre kurier kommt und ein frosch kurier jungs was jungs früher was gezogen legendäre legendary legendary jomo das ist so ein stier oder so ein kleines tossen ding macht ihr mal rein so ein kleines wesen jetzt hast du in den black du kannst auf den candy store gehen und dann rechts auf my warehouse rechts und dann kannst du ihn auswählen und den habe ich schon fünf mal gesagt die karte habe ich schon zehn mal sagt er noch bei harry potter dumbledore den habe ich schon von der habe ich schon sechs das ist bei mir auch sehr meist zwei mal platziger schon drauf du mit deinem platziger glaub mir die machen alles fertig ich habe die runde safe auch gegen level 3 ja das ist krass ja erst mal gegen die ja der timbersau steht halt eklig für dich der timbersau aber wenn er sich dreht der macht alles low nein nein jetzt sieh guck mal guck jetzt ach okay war wohl nix ja war schon krass wie du gewonnen hast jetzt habe ich es euch allen nicht gezeigt ja ja aber auf level 2 aber auf level 2 aber auf level 2 mein spirit returns to a flash mal so ich bin noch ein idiot egal ich probier's mal so probiert jetzt mal so digga inzwischen gehen aber echt wieder mehr auf goblins habe ich das gefühl habe ich auch so ich habe jetzt auch gerade in der runde hatte ich zwei den normalen roll gut ich habe einen bounty gezogen stimmt ekelhaft thema sollte ich auch gerne auf level 2 also oh mein gott tinker timbers so erst mal kauf ich hätte echt immer liegen ob ich kauf noch doch gönn dir doch mal was hey du musst meine einheiten wegkaufen oder wie ich mach das nicht ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen nein ich bin sicher Ja, das ist jetzt seltsam, was ich hier alles ziehe. Also ich hätte so krass neid schon gezogen. Ich bin in diesem Modus angekommen, wo ich halt schon richtig krass gezogen habe. Durch die Rhodes und jetzt bekomme ich die Rhodes wieder durch. Und wenn ich jetzt gewinnen die Runden, aber es sieht gut aus mit dem Team. Alter Schwede, und ich habe noch nicht gegen dich gezockt. Was gibt es eigentlich? Gibt es die Max Voll theoretisch oder gibt es an Einheit? Nein, es gibt Chiro Copter nicht, dann kann ich nur Goblin spielen. Okay, dann richte ich mich da gleich psychisch drauf ein. WTF, scheiß Team Bussau, Alter. Team Bussau? Oh man, jetzt verlier ich mal eine Runde. Oh, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Oh. 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 Gut so lange, steche ja wie immer n Chen nicht zu. Hey. Was ist? Chen.. Den will ich? peut-être auf Orcs! Ach. Weiss ich noch nicht. Hey. Ein Robo geht auf exakt dasselbe wie ich ectuell. enc und dann irgendwie zwei random Leute vor... Nein! Ich hab Tiny auf 2 als Tank, das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Das ist gut, ich hab noch gar nichts. Ich weiß, ich hab gerade Haus ausgeliefert. Mach gleich meine Kamera an, hey! Machst du doch! Ja, Mann, jetzt zieh ich aber auch wieder Garnikes. Garnikes! Garnikes! Ne, der Stöcker. Jetzt will ich die noch einmal mitziehen. Nein, komm. Wir entscheiden uns jetzt gegen die Assassinen. Gegen die Assassinen? Mhm. Das ist krass. Ja. Und dann kam Terrorblade. Paul hat mir gerade so stabil einen reingedrückt. Ja, das ist so ne Runde, die, also... Die könnte bisher nicht besser laufen, die Runde. Mhm, doch. Timpersoft 2. Ja, gut. Aber ich gewinne ja jede Runde, deswegen. Timpersoft 2 wäre ich nicht mal auf 10 Gold jetzt. Also wäre sogar so gesehen schlechter. So dumm sich's anhört. Timpersoft 2, wenn ich ihn brauch, wäre besser. Jetzt war sogar besser, wenn ich nur ein Timper so hätte. Ja, jetzt lassen wir das mal. Wohl, Lina macht gut damage am Anfang, oder? Ich könnte die zweimal kaufen gerade. Ja, die Lina macht gut damage am Anfang. Ja, aber das macht glaube ich keinen Sinn. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Team, wie das gerade steht. Ich auch. Ich verliere nur gegen Paul. Ich verliere alles. Allen. Mit allem. Gegen alles. Mit Scharf. Die Golems. Meine Aero pierce den Wind. Ja, Mann. Oh, geht einer auf Wasserzine von euch? Nicht mehr, gell? Ich? Geh ich auf Wasserzine, okay, dann kauf ich's den doch nicht weg. Ja. Dann kauf ich's den nicht weg. Simonitz, wackel. Komm, einmal kümmern wir uns. Oh, Laundryd. Das bringt mir jetzt im Moment noch nix. Das kann sich aber ändern. Sobald ich Geld brauche, sofort Laundryd weg. Ohne Witz. Oh, Gerardo Lebo hat nen Blattsieger jetzt vorbei. Jetzt bin ich am Arsch. Immer noch nicht auf 2, leider. Ich hab einen auf 2. Das gibt's nicht. Gehst du auch auf Orcs, oder? Nebenbei. Ich hab jetzt aber nur Blattsieger auf 2, einen Juggernaut und einen Axe. Ich hab nen Beastmaster auf 2. Ich hör irgendwo im Hintergrund die ganze Zeit. Chen. Ich hab auch einen Schen gezogen, halt. Jetzt muss ich den Fast mitnehmen, ey. Heimat, hör auf jetzt. Ja, Digga, ich zieh grad Assassinen gut und die Ding. Orcs. Orcs, ey. Orcs, ey. Da drüben geht mir einer Mächtige auf den Sack, weil er mir alles wegkauft. Ich kaufe dir nicht alles weg. Ich kaufe dir nur was weg. He. Was, der wird jetzt schon direkt gelöscht? Okay. Rigoros. Oh, hat das schon Laundryd weg. Boah. Also bei dir läuft. Mhm. Ohne Witz. Ich hab ja getrunken. Hätt ich abgehoben, Alter. Mhm. Ja, ich kann halt auch einfach nebenher dringend. Ich kann mir das erlauben. Richtig krass bei Auto Chats. Und so, ob man da so voll konserviert sein müsste. Ja, ja. Echtzeitstrategie spielen, Alter. Boah, dir war halt so ein eklig Slug auf dem Feld. Das ist echt böse. Mit einer Mass of Madness halt noch. Und mit dem Ding-Bonus. Ah, bei mir läuft's leider nicht so cool. Ich hab hier auch noch einen Doom gezogen. Erstmal beschweren. Guck mal, guck mal meinen Effekt von meinem Kurier an, Robin. Halt hier kurz. Ich muss Dinge machen. Mach Dinge. Der läuft so extra runden jetzt. Ich warte, dass Robin schaut. Was sind das? Kristalle. Weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Maragdekristalle. Kristall. Hahaha. Ja, Mann. Wie los ist nicht? Ich bin Kristall. Kristall. Geil. Mein Tinker hat richtig so viel weg. Deft er gerade mit seinem Goblin-Bonus. Der Low-Killer. Wo ist der? Der hat auf einmal das krasste Team einer krassen Teams. Sonst bekomme ich auch noch die Winningstücke in den Arsch geschoben, Alter. Hahaha. Hahaha. Scheiße. Das war doch ne Frechheit eigentlich. Ich bin auf 50 Gold einfach. Bei mir läuft nicht. Leider. Haben wir ein Thema, so habe ich nicht aufgezogen. Hahaha. Ist schon bitter. Hahaha. Guck mal hier mal. Boah. Dein Team ist auch gut. Team mehr. Komm Gents, bau nochmal was G'scheits. Ein Juggie. Ist schon okay. Hm. Ist schon okay. Hm. Ist schon okay. Ich passte sogar. Ja. Das verliere ich. Hm. Klingt traurig, aber... Klingt traurig, ist aber so. Klingt traurig, ist aber so. Mhm. Mhm. Ja, aber... Ich habe auch nicht geguckt. Nächstes Mal muss ich wieder gucken, auf was die anderen gehen. Es gehen zu viele wieder auf Orcs und Warrior. Die Runde. Es gibt zumindest einen Drafted fürs Endgame. Ja, das schon, aber... Ja gut, wenn halt alle den wollen, schwierig, klar. Ja. Oh, man, alle low. Ja, die letzten drei nicht mehr. Ehh. Aber jetzt sind wir 50 Gold. Nee, nichts. Nein, nichts. Ich bin schon groß hier. Und spielen mit mir. Mit Kaiju. 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 Kommen doch mit! ein spieler mit bitte macht es richtig ich bin da nicht so expert auf dem gebiet wie du ich bin schon nein ich bin level 7 und dann Paul Paradoxon Grüß Gott Paul Paradoxon nein das war richtig oh der Loki Lokila ist auch schon richtig stark ich meine Bär rettet mich gerade gegen den gegen den hat er auch schon verloren auch immer seine Winning Streak abgreift der bekommt richtig schön Kohle auf jeden Fall später dann wenn das überhaupt jeweils passiert ja kann schon sein dass ich werde es halt alles ich werde es halt die nächsten paar Runden nicht stärker werden außer ich ziehe es halt noch einen Doom um den auf Level 3 zu ziehen auf Level 3 alter auf jeden ich werde es halt die ganze Zeit ich werde es bis auf Level 10 glaube ich durchleveln damit ich so weiß ich nicht 125 oder so Level 10 bin und dann roll ich alles für die Legendaries ich bin Legend ich bin Legend ich bin Legend ich bin Legend der Bär ist gerade meine Lebensversicherung Paul... Paradoxon... Entschuldigung. Macht nix. Oh, da hat er eine Winning Streak. Ja, schon mal gegen den Spiel in der nächste Runde. Also schon wieder Chen. Ich muss noch was tun. Was willst du tun? Was willst du tun? Ich spiel Lone Street einfach viel zu... Ich hab aber zweimal hintereinander gegen die zwei Besten gespielt. Ich hab auch schon gegen den Logkiller gerade gespielt, oder? Und einfach gegen Logkiller. Ja, ich hab gerade den zweiten hab ich gerade besiegt aus seinem Feld, der hat eben noch zweiter war davor. Aber ich lass mich davon nicht einschüchtern. Ich lass mich nicht beöhren, Mama ich will nach Hause. Wem gebe ich denn bei Assassinen die Javelin oder Blades of Attack? Ich würde alles der Phantom geben, ja. Boah, deine Assassinen sind aber böse. Ja, die sind schon stark, aber spiel ich gegen dich oder was? Ja, es ist knapper als es mir lieb ist, aber es reicht noch mit den Bären. Ja. Wer kämpft denn da noch auf der Lebo? Ich. Oh Mann, ein richtiger Sonnenschein. Ja. Hm. 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 Hm-hm. Komm, spawn den Bären. Ah, fuck. Das wär halt die einzigste Chance noch gewesen. To surprise on all. The Stormcrafter comes. That will look- Dr. Klinker. Dr. Klinker. Das ist auch so eklig, Alter. Aber ich hab ihn gefickt, oder? Nee, hab ihn noch nicht. Jetzt aber. Juhu. Mann, f*** ihn doch! F*** ihn, f*** ihn, f*** ihn, f*** ihn. Du musst schon mich jetzt rauspiepsen. Äh, ich hab gar nicht zugehört, also nein. Als ob das einen Unterschied macht. Aber lahm mal nicht zu viel Scheiße, bitte. Ja, ich hab nur das F-Wort gesagt. Ah, ich hab eigentlich Liedtext zitiert. Achso, das ist okay. Zitate sind ja was Normales eigentlich, oder? Ja. Alter, doppelt Sven. Den brauch ich auch. Here's boss in your eye. Where, 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 where? Can you feel the love tonight? Evo hat 4 Gold stabil. Das hab ich gar nicht mehr. Ja, aber ich hab's auf Level 9 ge- Mehr, war einfach nicht drin. Ich hab einfach Scheiße gezogen, die Runde. Oder bin halt aufs Falsche gegangen. Je nachdem, wie man's sieht. Uuuuh, geht mal in den Winning Streak drauf. Sieht da noch aus. Ja, Mann. Gelassend, Alter, was ein Pech. Master-Scene sind halt echt widerlich. Ja, Mann. Oh, dear. My suit should keep me comfortable through all of this. Can you feel the love tonight? Nein. Okay. Hm. So seh ich das auch. Ist das dumm gewesen. Ein bisschen. Oh je, oh je. Hey, nirgendwo. Boah, auf meinem Feld ist nicht so eindeutig wie auf deinem. Ja, reicht's. Ja, das stimmt. Der vorletzte gleich raus. So schnell wie möglich, weil der hat eine Queen of Pain. Und der geht auch auf Astaxin. Der muss raus. Aber der hat nur durch Wizards 9 Astaxin. Der muss raus. Der muss raus. Raus mit die Viecher. Raus mit die Viecher. Ja. Haha. Ich empatisch. Man kann sich unterhalten. Ja, Mann. Ja, Mann. Bleep. Bloop. Ich bin ein Roboter. Ja,anjaus. Ja, das nennt man. Das war's für heute. Gold, 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 gold. Pretty viel gold. Ein gold. Und zwei. Ich bin die Brains. Und ich bin die Brains. 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 Ich probier das jetzt mal. Ich geb den Summoning Stone mal den Chen. Das hört sich eigentlich ganz gut an, oder? Weil der spawnt ja Viecher. Ja, ob das zählt, ist halt die Frage. Ja, das ist die Frage, ja. Aber ich, hier steht mal Summoning und warte und da ist seine, hä? Summons steht da. Also normalerweise. Und in seinen Dings steht auch Units sammelt, also Units, die er spawnt. Ja. Ja, auch Units, die er spawnt eigentlich. Ja, schwierig zu sagen. Oh, da geht, was ist das Five Dragons, ja, oder irgendwas ist das. Wer denn? Code. Nee. Aber... Der hat 300 Dragons und 6 Andet. Ja, aber sein Taggys hat ein Ding. Ähm, ist gesprungen. Wie heißt dann? Sag's mir. Blinkdagger. Genau. 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 Come on. Wo würde ich den... Das ist ein Schmerz. Also da geht einer wieder auf 9 Assassin mit dem 4er Wizards. Mal gucken ob der schon was auf der Bank hat, was gefährlich ist. 9 Assassin ohne die Wizards. Aber der mit den Wizards fickt mich alter. Ja gut, du hast ja keine 9 Assassin. Ja ich hab nur 8er aktuell, ist das scheiß. Mir fehlt eine Quob. Ich will den Nic mal nachher drauf stellen. Eine Quobel? Ja, ich muss jetzt halt leider ran. Hier ist Puss in deinem Ere. Chorboid, mach frisch. Ich bin auf jeden Fall über dem. Ich bin die rotte Apple, die die Bunch verbreitet. Hm, nervös. Egal, nächste Runde wirds besser. Gut, ich hatte nen Hühner Multicast. To the victor, the Spoil. Rampage. Hm, der Swann war nochmal in Chendish, ja super. Also die haben dann mehr Leben. Das ist schon nice. Das hat man an der Lebensanzeige schon deutlich gesehen. Dr. Klinker. Komm, Level Runde 30 wenigstens noch miterleben. Gegen Paul werde ich's halt wahrscheinlich nicht mehr miterleben. Ich level jetzt aber keinen Legend hoch mit dem IO, wo ich's machen könnte. So bin ich zu dir, falls ich gegen dich spiele. Nein, ich will nur gucken, was ich noch ziehe. Das wird auch so reichen. Ich spiele gegen den Typen jetzt mit den Dragons und Knights, bin ich gespannt. Aber eigentlich habe ich ja nicht mal. Das muss gegen den richtig stark sein. Hat die Uti auch rausgehauen. Jaja, keine Schnitte gegen mich. Den habe ich rausgehauen. Oh, Mann. Gut, da spielen wir nicht gegen Paul und fliegen vielleicht trotzdem raus. Oh, ich glaube, das überlebst du. Du hast ein Priest auf dem Feld. Ich sag, das sind genau 10 Schaden. Ah, sogar weniger. Ja. Quopp. Nice. Nice, nice. Ja, ja. Drauf damit. Rauf mit die Viecher. Wow, Morphling 3 ist halt nice. Ja. Was ist das? Okay, ich verliere zwar die Runde jetzt safe, aber jemand kriegt ein geiles Item auf dem Fall, wenn ich verliere. Auf mein Ding, Throne. Ach neee... Kann einer mal bitte... Ja man, der Schrauß, der Wichser. Oh. Hehehe. Ja, Widdy, Alter. Wir brauchen die Texte von Rap-Text. Ich werde jetzt wahrscheinlich gegen Ding spielen, also sehen, dann schütze ich den jetzt schon mal hier. Gegen Asazine. Oder gegen Paul, dann bin ich so oder so. Ja, mein Team ist halt schon wieder richtig... Ja. Krass. Ah, gegen Robin. Ich spiel gegen Paul, jetzt flieg ich an raus. Super, ey. Tag, Paul. Was meine Team-Dinger angeht. Ich weiß nicht, du hast 16 Leben. Ob du rausfliegst? Ja, okay. Ne, ja, ich fick aus. Fick's aber. Boah, das ist halt bitter. Vor allem, der Ding ist auch draus, der dritte. Ja, ich bin dritter geworden noch. Wer hat denn das gedacht, Mann? Weiß ich, ich hätte nur gegen... Egal gegen wen hätte ich spielen müssen. Alle außer du. Nein, ich hab gegen dich gewonnen. Gerade hart gewonnen. Hast du 16 Schaden gemacht? Hä? Hast du 16 Schaden gemacht? Hast du 16 Schaden gemacht? Nein, nein, aber ich hab hart gegen ihn gewonnen, zumindest. Hast du keine 16 Schaden gemacht? Das ist halt der kleine feine Unterschied. Ich glaub, du hättest mir keine 16 Schaden gemacht. Ich glaub, du hättest mir auf jeden Fall keine 16 Schaden gemacht. Ihr könnt euch gerne nochmal wiederholen. Also, ich glaub, ich hab ihn keine 16 Schaden gemacht. Kann das sein. Ah, jetzt muss ich mal hier ein bisschen... rotieren noch. Der Boy spielt nämlich mit Distruptor richtig hart. Den hätt ich gern. Vielleicht glaub ich ihn jetzt raus, das wär doch nice, oder? Da darfst du aber jetzt nicht gegen ihn rausfliegen. Boah, ich glaub nicht, dass ich gegen ihn gewinnen, aber... Ich hab keinen Disruptor, weißt? Ja. Ja. Und ich... Und ich... Kannst mal schneller machen. Aber Spaß. Vielleicht hau ich ihn echt raus. Ja, er ist raus, das Zweiter. Ja, danke, Bro. Das ist ja in Dusen. Ey, ich hätt nicht mehr gedacht, dass ich Zweiter werde in der Runde. Ey, das war eine krasse Runde. Leck mich am Arsch. Hab auch wieder alles bekommen. Jetzt hab ich sogar noch ein krasses Item. Guck mal, ich hab auch alle Legendary's of 2 gehabt. Außer Techies. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!